Wir sind jetzt hier immer noch in Nomi, wir sind im Waisenhaus. Das Waisenhaus, da haben wir uns vor zwei Jahren daran beteiligt. Insgesamt haben wir da jetzt ungefähr 40.000 Euro reingesteckt. Wir haben uns jetzt hier einen kleinen Überblick verschafft, haben mit dem Direktor hier gesprochen und hatten auch die Möglichkeit, die Kinder hier zu besuchen, mit denen zusammenzusitzen. Uns ist immer wichtig, jedes Jahr, wenn wir hier sind, die Projekte, die wir bereits getätigt haben, auch einfach mal abzufahren und zu gucken, ob noch Bedarf da ist und wie die Umsetzung ist und wie es grundsätzlich den Waisenkindern hier geht. Nach vier Kindern, die hier den Platz nehmen können, ist natürlich nicht optimal. Wir haben trotzdem versucht, so viele wie möglich in einem gewissen Rahmen noch runterzukriegen. Es sind zurzeit 50 Waisenkinder, die hier untergebracht sind. Und auch hier natürlich ein Appell wie immer an euch, mit dem Betreff Waisenhilfe könnt ihr genau diese Projekte unterstützen. Den Ausbau von Waisenhäusern, die Unterstützung von Waisenkindern. Und wenn man hier ist, wird einem nochmal wirklich bewusst, wie gewaltig eigentlich solche Taten sind und wie viel das den Menschen hier bedeutet.